Oh, ich hab noch einen Stern schon gekriegt. Das ist nicht schlecht. Aber ich kann es halt nicht nutzen. Ja, aber ich werde einen Forschungstisch brauchen für den nächsten. Und was brauchen wir eigentlich nochmal für einen Forschungstisch? Glaub ich, irgendwas mit 100 Steinen, oder? Forschungstisch, wissen du? Forschungstisch. Und uns fehlen noch um die 300 Steine. Ich bin hungrig. Und 100 Lachs, was ist es, glaube ich. Hier, Pflanzenfasern. 100 Pflanzenfasern und 200 Steine fehlen noch. Kürbis. Ram, ram, ram. Ram, ram, ram. Ram, ram, ram. Ja, ich brauche Energie. Mhm. Wer viel am Arbeiten ist, braucht viel Essen. Das stimmt. Irgendwann hat der Körper keine Kraft mehr. Mhm. Die muss er ja wieder reinholen. Mhm. Und das ist durch Essen. Ja. Oder trinken. Oder trinken. Man sieht, was ich im Spiel aber leider nicht hasse, glaube ich. Na, trinken nicht. Mhm. Nur essen. Aber irgendwann, wenn wir sehr weit, sehr weit da vorne sind, werden wir eh sehr wenig essen müssen. Weil wir dann eh immer weniger arbeiten werden wahrscheinlich. Naja, am Anfang ist es halt schwieriger, ne? Mhm. Weil du jetzt erstmal anfangen musst, deine Sachen erstmal fertig zu machen. Und dann nach und nach kannst du dich auch ein größer bauen. Jawohl, mein Arzt ist kaputt gegangen. Wieso ist dein Schocken, mein Spitzhacken, mein Spitzhacken, Spitzhacken. Spitzhacken. Achso, die Spitzhacken. Ja, Spitzhacken. Spitzhacken, kaputt gegangen. Mehrere. Ich war nicht. Da fühlst du schon ein paar Mal repariert. Deswegen ist es aus einer Zweige geworden. Inventar zu schwer, warum ist mein Inventar zu schwer? Bist du befeuert? Mal raus hier. Äh, raus damit. Das sind Tomatensamen. Schön, Mais-Samen. Können wir hier mal da reinpacken. Das können wir da mit rein. Und am besten wir stacken das alles mal ein bisschen, damit wir das nicht kreuz und quere haben. Das wäre am besten. Ja, es ist gerade hier alles irgendwie kreuz und quer. Warte, noch 155 Steine brauchen wir noch. Äh, dann packen wir mal die Samen bei Holo rein. Jupp. Hero, aber da sind so viele Tomaten drinnen. Hä, wo ist mein Zettel? Ach, so, dort oben ist mein Zettelstorger. Äh. Hero. Ich gebe dir mal die Fackeln. Mhm. Dann nehme ich mal die Mais zu mir, die Tomaten zu mir. Warte mal, ich packe dir mal meine Flöcke da rein. Die Dinger packe ich dir da rein. Die Äste kann ich dir auch schon mal mit reinpacken. Hat einfach die Bewandtnis. So, dann geht der Fischklammer da mit rein. Moment, Inventar zu schwer, da der Rucksack voll ist. Taste B öffnet den Rucksack. Ja. Das stimmt ja, man kann das alles in den Rucksack packen. Da war ja was. Da war ja was nochmal. Stimmt. Oh, da passt auch nicht viel rein. Oh, da ist auch irgendwann voll. So, massiv. Und hallo Romano. Einen schönen, wunderschönen guten Abend. Ihr wünscht. Weizen kann man doch hier machen. Warte mal. Im Lager sind auch Samen. Doob dich aus. Ne, ja, aufräumen. Bittel Ordnung schaffen. Wieso, ne, sag, doob dich aus. Seltsam, ihr könnt nur vier Werkzeuge tragen. Ich versteh's auch nicht. Was ist jetzt daran zu schlimm? Na, ich hab da auch nichts umgestellt. Ne, wir haben da erst angefangen, oder ne? Ja. Wahrscheinlich ist da ein Profi da im Chat bei mir. Dass ihr da gut auskennt. Also ist die oben dran. Ich glaub, 800 ist maximal. Ich denke mal, ihr müsst alles neu erweitern, oder? Glaub mal schon. Das ist so viel Ordnung, hab ich von diesem Spiel jetzt auch nicht. Dünge mal, ihr müsst alles mal irgendwo rum. Wir müssen erst mal eins nach einem anderen mal schaffen. Ja, hast du jetzt auch was reingedrückt? Ja, was? Hast du nochmal was nachproduziert? Hast du nochmal was nachgepackt? Ne, ich glaub, 8 Tomaten, glaub ich. Naja, genau. Ich wollt, ich wollt nämlich gerade erst mal noch gucken, ob ich uns nicht vielleicht ein bisschen Fisch pute. Ne, ich kann's auch wegmachen. Du bist nicht. Ja, kannst du ruhig lassen. Das würde für mich aber mal Sinn ergeben. Für mich auch. Äh, die Dinger waren wohl noch mal. Ach, da oben. So. Boah, wir sind ein bisschen in Ordnung hier. Ah, hier schaut's aus. Ah. Gut. Gut. Ich glaube, das Spiel ist allgemein zu leise, denke ich zumindest. Wieso ist man auf 50% gestillt? Das weiß ich auch nicht, weil für mich höre ich ja laut genug. Aber ich meine den Stream selber. Könnte es zu leise sein. So lange kenne Mac out. Stimmt. Wie der Spiel hat auch Ton, ich höre nichts von dem Spiel. Der Spiel hat auch Ton. Jetzt rückt sie damit raus, ne? Hm. Aber auf 70% reicht. Ach, das stört dich nicht. Achso. Der ist wahrscheinlich nur gegen unser Gelaber. Das ist glaube ich das einzige. Der ist ein ganzes Spiel. BABAB. 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 Es gibt aber Spiele, die haben keinen Ton. Und das stimmt. Es gibt viele Spiele, die haben auch keinen Ton. BABAB. 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 Ich merke schon, du hast Spass. Ja? Mhm. Wer hat Spass? Du. Mit was? Mit spielen. Ah, hier ist hier, wow. Anwesend. Na? Hast du Lust auf eine Runde? Such den Wurm. Such den Wurm? Ich glaub du bist echt durch, oder? Immer. Immer. Aber jetzt muss nicht glaub ich der Spielsaunt laut genug sein. Kannst du mir aber auch schreiben, Stolze Rose, wenn er zu laut ist. Ah. Ich bin im Tat zu schwer, warum? Hm. Ist gut so, dann passt. Also ich kann... Du kannst? Ich kann maximal vier Werkzeuge mit mir rumschleppen. Kann ich auch. Und das war's dann aber auch. Vier Werkzeuge und... Trotz, trotzdem Rucksack. Hm. Ja. Möchtest du darauf hinweisen? Ja. Wie wie wegen die denn eigentlich? Hast du einen... Hast du einen Effekt von 8 Kilo Gewicht? Die Stolze Rose ist gut so. Wirst du gut so. Hm. Der Ton ist 1A. Man hört alles im Stream, es ist nicht zu laut und nicht zu leise. Dann passt du. Nur deinen Mitspieler nicht. Ne. Du bist genauso laut. Hahaha. Ah. 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 Ja, hier die... Das... Das Stücke müssen wir noch wegkriegen. Hm. Butzi 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 Butzi. Ah. Gleich Level Up. Gleich Level Up. Dein Backbau. Geht nicht mehr viel. Jawohl, Level Up. Neuer Beruf verfügbar, okay. Ja, was sagt denn das Massivholz? Bergbau Stufe 2. Bergbau Stufe 2 Bonus... und irgendwie steht jetzt läuft es weiter irgendwie stand ein bisschen das das produktion ja wahrscheinlich was die massiv vollstande produktion gerade irgendwie wahrscheinlich ist genug da weiß ich auch nicht da hat wahrscheinlich die arbeitskraft gefehlt 8 kg je werkzeug ist viel kein wunder könnt ihr nur vier werkzeuge tragen ich habe es ja ich habe es auch stand aufstand auch gelassen was mit ihr ist du bist auf einmal so laut wer so viel mal lauter geworden in dennoch so leute ich habe nichts bestellt okay dadurch das jetzt geändert bei mir im ohr habe ich es geändert werden die werkzeuge das irgendwann leichter oder die tasche größe kenne ich mich gar nicht aus ich auch nicht noch nicht also nicht mehr sagen wir es mal so es gab ja so viel was sich geändert hat und so ja das letzte mal wo ich gespielt habe das ist jetzt schon ich habe ich dann habe ich mit einem hammer auf den sitz gegeben bei mir auch so in der drehe also jetzt habe ich aber meine frage an robin events romano und zwar gibt es denn jetzt nun endlich mal eine bessere stromversorgung zum thema wasserkraft oder sowas jetzt muss man warten auf die antwort der arme truther naja wer mir neben weg rumgelaufen ich habe gerade mit dem hammer halt geübt normal wäre ein kilo je werkzeug da ihr habt das gewicht irgendwo auf achtfach gestellt was was das gewicht auf achtfach gestellt eigentlich nicht weil ich dann im nachhinein kann man eigentlich nachschauen haben das normal des spielstabels dann stellst du dann jetzt gewicht auf achtfach ne ich hab bloß ich hab bloß den geändert den namen mehr habe ich nicht gemacht stund versorgen würde ich nicht dass sich da etwas verändert hat also er meint da hat sich nichts geändert also muss immer noch so extrem aufwendig in der energieproduktion was ist doch scheiße zu was ist ja alles andere verbessern sie und passen sie an aber die stromversorgung da passiert nichts wahrscheinlich kommt das ganz letztes ja also ich war letzt wo ich zuletzt gespielt hatte war hier sogar schon auf den stand dass ich hätte den asteroiden zustimmen können und hast du den größten teil des stroms hast du eigentlich über über windräder und und weiß gar nicht öl über öl angeholt keine ahnung das war es jetzt immer so ich habe kommen klein mir noch ich muss noch ein baum fern ein baum musst du noch filmen jetzt jetzt habe ich die nächste stufe im holz fällen nicht schlecht die steine sind auch gleich weg oder willst du die unteren auch noch weg machen fundament muss man dann wollen wir die steine als fundament lassen würde ich so lassen finde ich nicht genügend steine für die reparatur es wird fünf benötigt aber jetzt noch mal noch 19 steine und 125 jetzt noch mal darauf zurückzukommen ob du das noch mal nachschauen kannst nicht mehr gab es jetzt keine antwort weiter drauf du meinst mit der schuhe versorgen oder wegen nachschauen also du meinst wegen serverding oder wegen dem gewicht halt kann man glaube ich nicht mehr nachschauen kannst du nur am anfang machen und dann nicht mehr denke ich zumindest ich könnte noch mal nachschauen aber da muss ich aus dem spiel herausgehen ist ja das und da wie jetzt ehrlich gesagt keine lust irgendwie drauf klar kann man machen man muss nur aus dem spiel gehen ach also soll ich kurz raus gehen nachschau na willst du mir ist wurscht ich kann schnell nachschauen wenn es da nicht passt kann ich korrigieren ich habe eigentlich nichts geändert zähl zum hauptmenü jetzt muss die frage wo kann ich nochmal nachschauen silberliste aktualisieren server hinzufügen romano weiß da wo man es umändern kann ja bitte sonst da hängt ihr da ewig mit eurem werkzeug herum ja ich weiß jetzt nicht wo man es ändern kann ich habe keine ahnung ne lokale welt musst du auf jeden fall was ist denn deine letzte welt die du hast es ist die hand von glück ist die letzte dann zeig mal so und was hast du da geht nur laden ne was gibt es da oben noch für symbole server aktualisieren irgendwas mit einem stift sehe ich oder server hinzufügen server löschen lokalen server kopieren lokalen server umbinden es kann nur den namen umbinden gehostet ist das ist das gehostet oder gebetet äh das gehostet ich bin da da wird das wahrscheinlich nicht gehen denk ich mal nein da muss man wahrscheinlich von vorne anfangen da muss ich sagen wo nein ich sehe ich auch nicht naja das musst du schon bei deiner welt sehen könnte ich bei lokalen wird es glaube ich nicht aber das hast du nicht auf deinem server drauf nein naja service auflagen so ja lass es weitermachen ja das dauert halt länger da haben wir halt ein bisschen mehr zu tun als sonst es gibt doch dann chipkorn und sowas mhm ach so jetzt ich glaube wenn wir mal weiterkommen wird es eh leichter oder nicht schauen mhm das problem daran ist dass auch in schubkarren alle 8 fach wiegt mhm das ist natürlich scheiße mhm dann kriegst du weniger fort mhm 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 wäre es ja vielleicht doch bald zu empfehlen noch mal eine neue welt zu starten dann schaffen wir jetzt gleich neu was ist sinnlos bevor wir jetzt hier so nichts weiter machen meinst du ja das ist sinnlos ja komm dann schottelst du schnell eine an und erlauben und erlauben beizutreten mit dem Ich hab alles eigentlich so gelassen wie es war. Die Einstellung. Jetzt ist es auf 1. Letztesmal stand auf 8 drauf. Die Itemstapelgröße. Und ganz ehrlich zu sein, ich würde von vorne anfangen um zu suchen wo der Fehler liegt. Ja, machen wir doch grad. Meinst du das liegt an der Itemstapelgröße? Weiß ich nicht. Itemstapelgröße Multiplikator stehen da drauf. Multiplikator auf der maximalen Aufbewahrungsvolumen angewendet werden. Unter 1 wäre die Maximalgröße über 1 erhöhen sich. Selber Neustart für die korrekten Berechtigungen erforderlich. Gewichtsmultiplikator. Auf Itemgewicht angegeben werden unter 1. Mal gleich unter 1. So, 0,1. So, 0,01. Passt. Unter 1 verhindert das Itemgewicht über 1 erhöhen ist selber. Okay. Kraftstoff Multiplikator Multiplikator. Auf Brennstoff Ertrag pro Einheit angewendet werden unter 1 verhindert. Den Ertrag über 1 erhöht in selber Neustart für den korrekten Berechtigungen. Alles gut. Stell zu uns. Sorry, ich hatte das ja schon geschrieben bevor ihr angefangen hattet von vorne anzufangen. Alles gut. Passiert. Passiert. because of the Multiplikator auf Bereich der Speicherverbindung angewendet werden. Unter 1 verhindert den Enttrag über. Mach mal gleich höher. Oder? Die Lageentfernung. Wie weit man den Lager entfernt kann. Dann kannst du ruhig ein bisschen größer machen. Oder? Jo. Doch 10. Maximal. wachstumsmultiplikator und globale scale die ich würde eher den kraftstoffmultiplikator auf zwei setzen das ist in ordnung item stapelgröße mit zu viel die auch sagen auf 10 zu stellen erfahrung der größe anstapel anteil der erfahrung für spezialisierung die auch als level erfahrung erhalten wird nicht empfohlen für öffentliche server ausgangswert machen wir glaube ich auch auf 1 erfahrungspunkte pro level 25 passt fertigkeitenpunkte multiplikat auf 5 ich würde sagen den rest lassen lassen wir so oder itemgröße würde ich auf 5 auf dem lager würde ich nicht zu groß stellen dazu 2 oder 3 reicht aber wieso item größe auf 5 die item stapelgröße meint er jetzt oder was der hat ja bloß item größe geschrieben naja gibt ja nur die stapelgröße damit ihr mehr tragen könnt ach das war wohl zu hoch eingestellt vorher oder was das war auf standard gestellt stellen danke danke 2 oder 3 item stapel naja das hast du ja gerade und die größe auf 2 oder 3 lager würde ich nicht zu groß stellen denk 2 oder 3 lager entfernung dann würde ich sagen kann man sie lassen die einstellung oder noch ein wunsch das hat das 1 bzw. des 2 4 item würde ich auf 5 machen lager würde ich zu groß stellen oder dann haben wir es doch jup versuch wir einfach los geht's let's go ein speicherstand namens hans von glück hans von glück blinze bäckchen what? ja keine Ahnung eins, zwölf gehts jetzt? jawohl let's go jetzt dauert ein bisschen item stapeln meine ich ja wenns jetzt nicht passt dann weiß ich auch nicht hm hm ich glaube meinst kannst du da hab ich beide erreden Jetzt musst du es wieder alles einstellen Wieder einen neuen Charakter erstellen Das ist auch doof Das hätten sie doch wie in Seven Days machen können, oder? Das wäre am besten